hallo freunde der käuflichen liebe willkommen mal wieder bei eurem schule zu einer weiteren folge minecraft und ich hab grad alter what what the fuck was seid ihr denn was zum fick was seid ihr denn die vier reiter der apokalypse oder was alter was ist das denn geiles was zur hölle es wird schon wieder dunkel aber da ist noch einer das waren doch vier oder okay passiert das nochmal okay ich habe keine ahnung was das war nicht die geringste aber jetzt erst mal wie heißt es erst mal wieder alter was baue ich denn man ich sag mal so her im himmel dann haben wir hier noch das oh nee egal mal mit holz so ich wollte eigentlich irgendwo noch grobe erde oder sowas nee eins zwei drei das reicht auch nicht hier wir bauen jetzt mit allem was wir haben so man es ist doch oh nee moment äh shit ich muss mal jetzt mal kurz gucken was brauche ich für ein bett wolle und holz wahrscheinlich ja dreimal wolle dreimal holz so schöne ding holz habe ich gerade verbaut so habe ich die holz das holz eingesammelt jup äh wo ist es wett so einmal nächtigen okay brennt ihr nur okay aber okay ne der kompass zeigt wirklich zum ursprünglichen spawn alles klar gott sei dank dann bauen wir den scheiß erst mal wieder ab und das wird das wäre auch noch was was ich mir in minecraft wünschen würde dass man sich einen rucksack bauen kann quasi ne für so für so so expedition hier zu als bleistift in das inventar erweitert bin ich ganz geil aber mal gucken ist vielleicht auch gar nicht so einfach zu implementieren dafür bin ich nicht genug genug software entwickler so habe ich zum glück noch die ist auch gleich kaputt na hat ja genau gereicht so das nehmen wir mit das nehmen wir mit ich nehme auch wieder mit gut dann einmal kurz sortieren hier was habe ich was ne was soll mit und überhaupt so was kann weg ähm faden hier das kann weg knochen kann auch weg bruchstein bemooster bruchstein brauche ich das wofür weg erde bleibt hier fichtenholz bretter bleiben hole ja äh sonnenblumen weg fichtensetzling wollte ich ja auch mitnehmen glowstone staub mhm glowstone naja den kann ich mir so aus dem nether holen den muss ich nicht mitschleppen nimmt nur platz mit inventar weg so den bogen nehmen wir mit das haben wir das bett kommt mit da hätten wir noch mein eisenschwert als reserve oh die stiefel sind bald hin naja okay alles klar so weiter jetzt ähm puh moment ich habe achso ein bisschen erde bräuchte ich vielleicht noch damit ich mir mal endlich eine richtige hütte bauen kann wenn es wieder nacht wird so wie viel erde habe ich jetzt 1,50 hier ihr kommt weg ja 5 56 müsste ich jetzt 1,60 haben jo 1,2,3 so 1 stick erde dankeschön äh da die bären okay und weiter geht's moment ne in die richtung ist mein haus das heißt ich gehe in die richtung ja also bis jetzt hat mir diese expeditionen nichts außer diesen wie heißen sie süßbären süßbären eingebracht und diese komischen reiter der apokalypse die ich da eben getroffen habe keine ahnung was das für vögel sind also fand ich aber so an sich ganz geil moment ist da ist da nur ein berg oder ist da irgendeine struktur also was gebautes ist da scheint ein berg zu sein mehr nicht schade was hat er gerade gepinkt gegenfrage bin ich von hier vielleicht gekommen wäre ganz doof ne kann eigentlich nicht laut kompass ist das genau oh wolfhund ich weiß es nicht moment geht man nicht schade oder da war es wohl ein hund ankämpft gras dann nicht ja ich weiß nicht was du magst in zweifelsfall fleisch naja so jetzt ist die frage folgt er mir ah ne so pilze was ist das hier für erde normale oder obererde wüsste ich jetzt auch nicht wo ich die für brauche was hier überall diese steinmauern oder allgemein diese steine rumstehen finde ich im bischen komisch hier ist jetzt ja irgendwie nicht so wirklich was ne ein wald pilze moment ist das naja ganz normales weizen ok jetzt klettern wir doch mal hier auf dem berg drauf so mal gucken sehen wir irgendwas nope gar nix außer noch mehr wald relativ unbefriedigend jetzt das ganze was hatten ihr für bäumchen weiche gut weg wolle brauche ich nicht mehr hier ist sumpf sumpf schweres deutsch und ich an den ich hochklettern hallo sag mal willst du mich verwaschen so ja ist ein sumpf keine häuser oder irgendwas zu sehen so jetzt moment frage ok geht sehr schön hier von denen nehmen wir noch mal ein paar mit ach ja ja fahr du mal deine geräuschkulisse ab hier so kür alter sonstige fische schweine erde kann weg wäähähäh kommen wir mal hier lang oh alt was ist da war das nur sand oder ist da naja ist nur sand aussieht hier ist nichts nur flora und fauna aber keine gebäude na moment was ist das hier das sah eben so ein bisschen komisch aus hier da ist doch was lass mich raten eine komische Hexe oder irgendwie so was Hexe Zauberer irgendwie so was da wie viele Pfeiler habe ich noch 50 wo ist er wo bist du fuck fuck okay okay komm heil dich gegen komm komm Gott sei Dank so Moment äh Blumentopf sehr schön Dank auch weg bis es wird nämlich schon wieder nacht ja das war jetzt ganz intelligent ist ist noch jetzt fällt ja so so schlafen wir noch mal okay 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 schaufel schaufel so das Biest hätten wir ja und dann da verbrennen gerade die Monster da da sind glaube ich räuber glaube noch mal auf den Baum drauf tja immer noch nüchte zu sehen damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen ich bedanke mich fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat ihr Kinderspielchen lasst ein Abo da aktiviert die Glocke damit ihr benachrichtigt werdet wenn ich Videos hochlade und schaut eventuell mal auch mal im Livestream vorbei die URL zum Livestream findet ihr unten in der Videobeschreibung ich streame mal wenn ich Zeit und Lust habe auf Mixer in diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal haut rein euer Schule